Kasprings! Kapitulieren niemals! Das ist der Fürth. Wie kam der Lied vor Jahren, nee, mit Rottener Ohrat? Und wenn die Stadt bis zum Letzten hat, im Zug, geht in die Rottel verteidigen. Ich liebe ein Mädchen, ich weiß nicht warum ein Mädchen. Aber wenn die Fans kam, zu Heilow, pur, old, Bench. Ich habe im Obersalzberg um ihn rottet, war mir noch nie gehalten. Was hat er denn was gemacht? Alle dafür müsste man ihn an die Wand stellen, um sich zu autorisieren, behauptet er, ich werde krank. Ja, vielleicht schon dort. Ich habe noch nie ein Befehlendes für Ostermider gehandelt, nie. Soll mit der 12. Armee die Sache unterstellen? Sie werden die im Norden und Osten bis an den Äußeren verteidigen. Wir müssen da verlieben, dass wir in der Stadt nicht verlieben. Ich bin krank und darf nicht sein, sagten Sie, Bosse. Er soll kämpfen, wo er steht. Wenk hat der Roten Armee absolut nichts entgegenzusetzen. Wenk, soll mit der 12. Armee die Sache unterstützen? Tich, 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 Tich. Ich glaube, ich habe mich zwar genug ausgedrutscht. Wir werden die im Norden und Osten bis an den Äußeren verteidigungsringen vorstoßene Sowjetverbände. Das ist die Rolle von Hermann Göring, zu dem ich heute den ersten Drehtag habe. Heute bin ich nur angekommen, sage, bin ich zu spät. Ich werde noch... Er schleicht dann gleich wieder ab. Er kommt also nur ganz kurz her, um zu sagen, dass er eigentlich in Süddeutschland dringend gebraucht wird, um einfach aus Berlin wieder rauszukommen. Und die eigentliche Szene oder was, was... ...Szenen in unserem Staat, möglich gemacht! Verracht an meiner Passion! An meiner Passion! Ein paar von mir in der Vorbild! Urstoßene Sowjetverbände in einem rücksichtslosen, mit aller Kraft geführten Gewalt... Das sind doch alles hohle Phrasen! Wir müssen jetzt handeln! Das sind doch alles hohle Phrasen!